Wir melden uns an dieser Stelle wieder mit einem Update aus den Hochwassergebieten. Es ist uns bisher gelungen, in den Krisengebieten über 80 Prozent der Mobilfunkstandorte wieder in Betrieb zu nehmen. Hier in der Nähe des Ahrteils mit einer Richtfunkstrecke. Und ich freue mich, dass ich Jörg Hamböcker vom Desaster Recovery Management dazu befragen kann, wie das eigentlich funktioniert. Jörg, ihr habt hier eine Richtfunkstrecke gebaut. Wie genau ging das ab und was genau musstet ihr auch dafür tun? Ja, wie ging das ab? Wir haben am Samstag zwischen unseren Arbeiten im Notdienst quasi eine Webex abgehalten. Die war sehr kurzfristig einberufen worden und da ist es in sehr kurzer Zeit also auch geplant worden, ohne Standorte großartig anzufahren. Und da ist sowas entstanden, dass wir eine Notfallrichtfunkkette im Ahrtal jetzt bauen wollen, wo drei Links eingebaut werden. Keilenbauen 10 haben wir begonnen mit unserer Richtfunkstrecke. Dieser Standort ist leider auch nur über Richtfunk angebunden an dem Standort Bonn 320. Auf dem Haiderhof ist der oben. Und deswegen haben wir ja auch nur ein Richtfunkgerät, wo wir drangehen können. Gut, das zapfen wir natürlich an, gehen im Grunde auf den alten A2 und von dort aus quasi per Hop auf den alten A3. Was heißt per Hop? Wir haben im Grunde an diesem Standort zwei Richtfunkschlüsseln, empfangen quasi von einer Seite und strahlen das Signal über die andere Seite wieder ab. Und dann erreichen wir über diesen, weil dieser alten A3 keine Direktverbindung zu lokalen Born 10 hat, kann man halt über diese Ecke den auch mit anbinden. Und das letzte Glied in der Kette ist halt dieser alten A40. Wie lange würde sowas denn normalerweise dauern, wenn man so etwas plant, begeht und so weiter und so fort? Was sind die normalen Laufzeiten für so etwas? Ja, eigentlich schon mehrere Tage, ein bis zwei Tage müsste man das schon haben. Die Richtfunkstrecklinien müssen vernünftig projektiert werden. Vorab werden Begehungen, Orttermine am Standort durchgeführt, wo halt geguckt wird, wo hängen wir unsere Schüssel hin, wo hängen wir, wo setzen wir unsere Inboard-Unit hin und wo kriegen wir Stromversorgung her für das Richtfunksystem. Gegebenenfalls werden noch Drohnenflüge durchgeführt von uns, die wir auch haben. Und ja, da muss es weitergegeben werden, diese Information. Erstmal muss eine Anmeldung an die BNSA gestellt werden, um die Richtfunkstrecke anzumelden. Und dann geht es halt weiter bei uns in die Planungsschiene, dass diese Richtfunkstrecken projektiert werden. Und dann bekommen wir offiziell irgendwann mal ein Go, wo die Rückmeldung quasi von der BNSA kommt und das ist dann eine Unterlage, nach denen wir aufbauen können. Vor was für Herausforderungen steckt man dann in solch einem Projekt, das so kurzfristig geplant wird? Ja, eigentlich ist das größte Problem jetzt hier die Erreichbarkeit der Funkstandorte gewesen, weil ja, wir haben es schon in anderen Videos schon gesehen, dass man dann auf einmal vor umgeknickten Bäumen steht und wie gesagt nicht genau weiß, wo hängt man das Equipment am Mast auf, hat man genug Manpower da, dass man schauen muss, kriegt man das mit zwei Mann dann auch geregelt aus Sicherheitsaspekten und so. Das weckt man dann ab vor Ort, ob das möglich ist. Und in dem Falle, wo wir jetzt in Alten A3 gebaut haben, war es möglich und wir haben es durchgeführt und die Risiken waren überschaubar. Und ja, letzten Endes sind wir ja auch belohnt worden, dass die Standorte dann auch am Abend liefen. Genau. Was ist quasi das Ergebnis eurer Arbeit in diesem Fall? Wie kannst du uns das umschreiben? Was habt ihr mit dieser Richtfunkstrecke letztendlich erreicht? Ja, ganz genau. Also in Alten A2, die ist normal auch, Alten A3, die sind normal über Glasfaser angebunden und diese Glasfaseranbindungen sind zerstört worden durch diese Fluten. Jetzt haben wir natürlich Ersatzwege durch das Richtfunksystem aufgebaut und dadurch werden halt jetzt die Daten abgeführt und ein Betrieb der Mobilfunkanlage ist dadurch wieder möglich dann halt. Wie viele solcher Projekte haben wir noch vor der Brust? Ja gut, das ist schwer abzuschätzen. Wir haben jetzt noch einige Standorte, die mit Sicherheit heute sollen definitiv noch vier Standorte gebaut oder wieder ins Netz gehen, wo nur stromtechnisches Problem war, wo mittlerweile Notstromersatzgeräte stehen und mit der Hoffnung, dass die dann direkt auch wieder ans Netz gehen. Ein größeres Problem haben wir natürlich dann wirklich, wo die Standorte noch nicht erreichbar sind. In manchen Dörfern die Infrastrukturmäßig noch soweit zerstört sind, dass wir da noch nicht hinkommen können und noch nicht schauen können, was ist wirklich vor Ort kaputt? Und das ist so dieses große Fragezeichen noch, was wir noch ausarbeiten müssen und gucken, dass wir in den nächsten Tage da mal eine Bestandsaufnahme machen, wie stark sind die Standorte bestätigt worden oder so. Vielen, vielen Dank Jörg für das Gespräch und natürlich weiterhin viel Erfolg auch bei der Arbeit. Danke. Soweit das Update zur Mobilfunkpriorisierung. Natürlich arbeiten wir in allen weiteren Krisengebieten daran, die restlichen Mobilfunkstandorte auch wieder ans Netz zu bringen.